Mit Events können wir bei Scout24 mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Endverbrauchern in die Live-Kommunikation oder in den Live-Kontakt gehen. Digitale Events waren für uns schon immer kein unbekanntes Pflaster. Wir haben neben Webinaren, Schulungen und Ähnliches auch viele Alternativen in dem digitalen Raum für unsere Kunden und unsere Endverbrauchern angeboten. Erst die Pandemie hat aber uns auf ein nächsthöheres Level gebracht. Wir haben stärker die Zusammenarbeit mit Studios, Regien und auch digitalen Softwares verstanden und dann auch umgesetzt. Unsere Vision bei der digitalen Messe at Home war, dass wir erstmalig nicht nur einfache Webinare mit Vorträgen für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen gestalten, sondern eine Plattform ermöglichen, wo sie neben den klassischen Vorträgen auch die Möglichkeit haben, sich im digitalen Raum zu bewegen. Mit.io hat uns vom Anfang bis zum Ende bei unserem Projekt begleitet. Von der Planungsphase bis zur Umsetzung, aber auch besonders bei der Nachbereitung und beim Reporting. Wir können Mit.io auf jeden Fall weiterempfehlen, da sie den Service geboten haben, den wir uns gewünscht haben. Die Betreuung von Anfang bis zum Ende hat uns besonders überzeugt.